Ich möchte euch gerne unser Angebot zeigen, das bis zum 6.9. noch gültig ist. Und zwar haben wir ein neues Set. Das ist unser neues Grundset. Und da haben wir zwei neue Steine, die aus der Generation neue Stoner sind. Das ist zum einen einmal unser Servierzauberer. Der hat diese wunderschöne weiße Lasur, dient perfekt als Deckel für die große Ofenhexe, die wir jetzt haben. Oder halt wirklich zum Servieren auf dem Tisch immer ein richtig hübscher Hingucker. Auf dem Servierzauberer bitte nur mit Nylon und Silikon schneiden und das gar gut herunternehmen. Nicht mit Metall drangehen. Und wie gesagt, passt perfekt auf die große Ofenhexe drauf. Und so haben wir jetzt hier einen Schmortopf von 5 Liter Fassungsvermögen. Ich weiß, dass viele darauf gewartet haben, einen großen Schmortopf zu bekommen, denn der Ofenmeister hat nur 3 Liter und die alte Ofenhexe 3,3 Liter Fassungsvermögen. Und hier haben wir jetzt einen Schmortopf von 5 Litern. Also wirklich richtig, richtig toll. Wenn ihr eure All-in-One-Gerichte zaubern möchtet, dann nehmt ihr ganz normal, wie vorher auch, den Zauberstein und könnt es dann so in den Ofen geben. Also so wie gehabt. Unten zum Beispiel euer Fleisch und Soße rein. Und dann oben eure Kroketten, Kartoffeln, euer Gemüse. Ihr habt jetzt hier eine Ersparnis von 50 Euro im Vergleich zu den Einzelprodukten. Und ihr bekommt natürlich noch unser Gastgeschenk oben dazu. Das ist einmal diese Cakepop-Form im Wert von 25 Euro diesen Monat bis zum 12. Also greift zu. Wenn ihr noch Fragen habt, dann dürft ihr mir gerne schreiben. Und genau, gönnt euch dieses tolle Angebot.